In diesem Video stelle ich dir den Akkutextilsauger SE318 von Kärcher vor. Ausnahmsweise geht es mal nicht um ein Thema im Sanitärbereich, sondern um die Autoreinigung eines unserer Fahrzeuge. Im Internet bin ich fündig geworden und habe mir dieses superhaltliche Gerät geholt. Zuerst packen wir das schöne Gerät mal aus. Im Lieferumfang ist der Saugschlauch und zwei Saugaufsätze enthalten. Ich zeige dir in diesem Video, wie ich das Auto reinige und gehe auf verschiedene Eckdaten des Gerätes ein. Am Schluss gebe ich noch mein Fazit dazu ab. Da wir einen Hund haben, ist unser Auto zum Teil sehr schmutzig und feucht durch das Hächeln. Die Sitze sind hier aktuell wirklich sehr, sehr dreckig, also muss ein starkes Gerät her. Ich habe mir direkt auch noch diese Flasche Teppichreiniger dazu bestellt. Er eignet sich für alle Arten von Textilien und Polster. Zusätzlich habe ich auch noch einen Kärcher-Akku mit Ladegerät gekauft. Man hat hier zwei Aufsätze, mit denen man das Gerät in verschiedenen Situationen benutzen kann. Der breite Aufsatz hat eine Arbeitsbreite von 7,5 cm und der zweite Aufsatz ist für enge Schlitze und schwer zugängliche Stellen gedacht. Den Kauf des Gerätes erhält man einen Beutel mit Textilreiniger-Geschenk. Das ist gerade die richtige Menge für einen Durchgang. Preislich kostet der Sauger aktuell auf Amazon 138 Euro, was wirklich ein genial günstiger Preis ist für so ein Markengerät. Als erstes fülle ich jetzt den Wassertank auf und gebe das Reinigungsmittel dazu. Jetzt kommt noch der geladene Akku mit 2,5 Amperestunden ins Gerät und schon sind wir einsatzbereit. Der Akku hält für ca. 10 bis 12 Minuten. Das hat bei mir gerade für die hintere Sitzbank gereicht. Wenn man das ganze Auto putzen möchte und dieses stark verschmutzt ist, sollte man sich lieber den 5 Amperestunden Akku gönnen. Dieser reicht für ca. 24 Minuten und da sollte man schon das ganze Auto damit reinigen können. Das Gewicht des Gerätes beträgt nur ca. 4 Kilo und es ist sehr handlich. Durch den Akkubetrieb ist es auch super geeignet für die Reinigung des Autos, da man keine nervigen Kabel im Weg hat und keine Steckdose in der Nähe braucht. Hier siehst du noch einmal, wie extrem das Auto momentan verschmutzt ist durch den Hund. Vor der Reinigung sprühe ich das Ganze noch mit Aktiv-Sauberstoffspray ein und lasse das 5 Minuten einwirken, um auch alle Keime abzutöten. Jetzt kann ich das Gerät ganz einfach beim Ein- und Ausschalter einschalten. Bevor wir jetzt mit dem Sauger an das Polster gehen, sprühe ich das Ganze mit dem Reinigungsmittel ein. Dazu hat man an der Unterseite des Aufsatzes einen Knopf. Hält man den gedrückt, sprüht das Gerät das Reinigungswasser aus dem Tank. Nachdem alles kurz eingewirkt hat, kann ich jetzt direkt mit dem Aufsatz über das Polster fahren. Dabei sprühe ich noch einmal direkt Reinigungsmittel in das Polster, das dann sofort zusammen mit dem Schmutz aufgesaugt wird. Das dreckige Wasser wird in den Schmutzwassertank mit 2,9 Liter Fassungsvermögen gesaugt. Es hat in diesem Tank also 1,2 Liter mehr Platz als im Reinigungsmitteltank. Am Ende fahre ich noch ohne zu sprühen ein paar Mal über das Polster, um das ganze Wasser aus dem Sitz zu saugen. Hier siehst du das Resultat. Ich finde, es ist wirklich extrem sauber geworden. Hier zum Vergleich noch einmal die Situation vorher. Kommen wir also zum Fazit. Der Waschsauger eignet sich super für das Reinigen von stark verschmutzten Polster für das ganze Auto. Auch die Autoteppiche und der Kofferraum lassen sich damit hervorragend reinigen und man kommt auch an Stellen, die sonst schwer zu erreichen sind. Mit der Sprühfunktion entfernt man auch tiefsitzenden Dreck aus Stellen, die man sonst mit einem herkömmlichen Staubsauger nicht erreicht. Festsitzender Schmutz aus flüssigem Material wird so auch optimal gelöst und entfernt. Der Sauger kann natürlich auch für Sofas, Teppiche und alle Arten von Polster und Textilien verwendet werden. Der Saugaufsatz ist jedoch nicht so breit und für grössere Flächen braucht man dann halb doch so seine Zeit, um alles zu reinigen. Ich würde dir auf jeden Fall zum Kauf vom grossen Akku raten, da man mit den 12 Minuten Laufzeit beim kleinen Akku nicht das komplette Auto in einem Durchgang reinigen kann. Das ist für mich ein kleiner Negativpunkt. Wenn man nur punktuell oder kleinere Flächen reinigen möchte, kann auch der kleinere Akku reichen. Mir gefällt vor allem, dass das Gerät so einfach zu bedienen und sehr schnell einsatzbereit ist. Das Gerät lässt sich super leicht bedienen, da es nur einen Ein- und Ausschalter gibt. Die Funktion zum Sprühen ist direkt am Aufsatz integriert. Somit ist es auch für Leute geeignet, die überhaupt nicht technikaffin sind. Die Handlichkeit, das geringe Gewicht und die praktische Form und Grösse sind ideal, um das Gerät einfach zu transportieren und zu verstauen. Preislich finde ich den Sauger sogar sehr günstig, da es sich hier doch um ein Qualitäts- und Markenprodukt von der Firma Kärcher handelt. Nach Beendigung der Arbeit kann man den Schmutzwassertank einfach leeren und den Frischwassertank nochmal mit Wasser auffüllen. Dann saugt man das klare Wasser einfach in den Schmutzwassertank und somit ist das ganze Gerät auch schon gereinigt. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Produkt. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich über ein Like und ein Abonnieren des Kanals.